Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect. Immer noch auf Noveria auf dem Weg zu Gipfel 15. Weit ist nicht mehr, wie ihr seht. In das Innere vom Reifen, sondern in den Motorblock. Nein, das scheint wohl Gipfel 15 zu sein. Ja, bis jetzt ist noch nicht so viel passiert. Außer immer mal so ein paar widerliche Geht im Weg. So wie hier. Oh, das ist noch so ein widerlicher Geschützturm. Oh, habe ich den getroffen. Ne, stopp nicht, ne? Ne. Ah, habe ich doch. Herrlich. Wo? Ups. Ist noch einer. Irgendwo. Ich weiß nicht wo momentan. Ach da. Ah, der Sack. Da sind noch welche. Ich sehe sie aber nicht. Da tut sich nichts. Na ja, gut. Da tun wir jetzt aber nochmal speichern. Wenn wir schon hier sind. Schrotgrenze? Nee. Sturmgewehr. Was ist das denn hier? Ach so, der Schnee. So. Mach mal die Tür auf. Guck mal. Zack. Hat er den Helm ausgezogen. Geil. Oh fuck. Achtung. Geh, Titan ey. Wo ist denn hier noch einer? Da oben? Nein. Das ist der Ordner? Nein. Ist er nicht? Scheiße. 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 Ich liebe dich. Ich schaufe. Ja. Ich habe einen Blatt. wo ist der letzte ich muss mal kurz auf die gerade gucken hier das nervt voll Warnung alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline Uh, ich darf noch mal nehmen, hast du gesehen? Wahnsinn Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten Wie jetzt Ach hier Die Reaktoren So, Reaktoren Dann gucken wir mal wo die hier sein sollen Ich hab hier nichts gesehen dass ich irgendetwas anwählen konnte Das um die Türsteuerung einfach nicht anwählbar war Sicherheit Ich werde schon kommen, naja bin ich hier umsonst runtergelaufen wieder Ist nix Die Tür war ja auch offen Vielleicht hätte ich einfach nur vorlaufen müssen Scheiß Scheiß Es geht nicht um Verteidigung Sondern darum ihre Leute in Schach zu halten Aha Aha Nein, wir gehen erstmal in die Sicherheit Upgrade Uh Ja, da waren wir wieder klar Und dann geht's nicht weiter Boah So ärgerlich alles ey Ich sag dir das Es geht mir so auf den Sack Da sind rote Punkte Cafeteria Cafeteria So, so Eigentlich kann ich mal schon runter Geh mir doch mal aus dem Weg hier Alter, wer macht denn hier diese krassen Zaubermoves Oh, was war jetzt? Oh 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 Was war das? Wohl nur Trümmer Nur keine Panik Ich bin der Beschützer meiner Nächsten Was ist das denn? Oh Gott Was ist denn jetzt los hier ey? Was geht denn jetzt hier ab? Was bist du denn für ein Vieh ey? Müssen wir da jetzt hoch? Erstmal Stufenaufstieg machen Ja, warte dann jetzt hier Was soll ich mir da was Gott angucken? Achso Ist der Stufenaufstieg Ja, ist klar Da war ich denn hier Ja Sturmangriff Ja Immer einmal Sturmangriff Einmal Fitness Ja So So, ein kleines Projekt muss ich machen Meine Tochter hat geweint Und da muss ich natürlich hingehen Ja Ich lass meine Tochter nicht weinen So Äh Ausrüstung Pistole Ja Ja, die hat ja ne Scheiß Sturmgewehr ey Achso Das Schrotgewehr Ja Ziehen wir schnell als durch Hm Okay Sie hat die Beschützerste Pistole So 120er hier Gut Speichern kann ich nicht Aha Ist interessant Jetzt muss ich gehen Ekelhaft Das sind sogar zwei oder was Ja sicher Jetzt sind sogar zwei Ich wollte doch mal kurz Auf die Karte gucken Ich geh erstmal hier hin Das hat sich ja voll gelohnt Dahin zu gehen Ich rach die Soldaten Ey Wer waren die? Keine verdammte Ahnung Werden niemand auf diesen Berg Kann es uns sagen Was? Was war das? Gravitations-irgendwas? Disruptor-Torpedos Aha Hier Da Und da Mhm Okay Ja 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 Ey Pass ich Ich will gar nicht wissen Was ich hier schon alles verpasst habe Das hast du ärgerlich Ey Ach da Da kam noch was Der hat mich gar nicht gesehen Ey Wo kommt der denn her auf einmal? Und nochmal höher Ach die Liara Die ist schon wieder halb am Arsch Ich weiß ja nicht Was die immer machen Ey Mirakern Fahrstuhl zum Zug Fahrstuhl zum Dach Ups Fahrstuhl zum Reaktor Aha Ach komm Ich weiß ja noch gar nicht gemacht habe Ist Tagebuch hier Noveria Ja Das hier Lurequin Hab ich gemacht Da passiert nichts Ach Wörmer Ja Muss ich ja noch machen Ja Genau Ja Ja Ah ok Ist mir alles klar hier So Äh Ich würde sagen Bevor wir jetzt da durchgehen Speichere ich nochmal Weil der Part ist jetzt auch gleich schon wieder vorbei Ne Gut Leute ich bin mir etwas unsicher Hier durch die ganzen Unterbrechungen Wie Äh Weit jetzt hier der Part ist Kann sein dass ich jetzt ein bisschen früher Schluss mache Ich weiß es nicht Ich sage trotzdem mal danke fürs Zuschauen Und äh Ja wir sehen uns im nächsten Part Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal